hi leute ich bin wieder mal unterwegs im camp wie ihr seht ich möchte euch heute etwas ganz kleines ganz kurz zeigen es ist hier im camp immer ein wenig dunkel da habe ich mal von meinem kollegen so eine kleine lampe bekommen von china glaube ich die ging aber nach kürzer zeit schon kaputt die war nicht mehr gebrauchbar ich habe mir jetzt eine neue gekauft und zwar ist diese lampe aus einem schwedischen möbelhaus kostet um die acht schweizer franken bei uns ist eigentlich simpel einfach ein schön flexiblen schornenhals dann haben wir ein usb anschluss und dazu benötigt man natürlich eine powerbank das hat man sowieso vielmals dabei wenn man etwa noch das handy dabei hat und ich muss sagen das licht ist natürlich super jetzt muss ich noch starten die powerbank und schon haben wir ein super schönes licht ich werde jetzt mal die türe auf meiner seite schliessen dass wir nicht ein wenig mehr so wenn wir jetzt sehen ohne powerbank ist es recht finster es kommt zwar schon überall ein wenig licht rein aber um etwas zu machen oder so wäre es zu dunkel stecken wir dann die lampe ein so und starten sie muss ich sagen das licht ist also sehr toll es reicht man könnte jetzt hier etwas arbeiten schaffen ein vorteil an der lampe ist natürlich auch wir können jetzt zum beispiel hier so stellt sie hier hin so dann richte ich sie auf den tisch und wir sehen es ist noch genügend licht auf dem tisch um damit zu arbeiten die lampe ist auch sehr praktisch zum beispiel man in der hängematte liegt man hat überall immer irgendwo eine tasche und man sie verstauen kann man hat die powerbank dabei wenn das handy kein strom mehr hat also ich habe sie eigentlich jetzt in letzter zeit immer dabei weil es gibt wirklich gutes licht auch wenn man noch ein video machen will oder so es gibt genügend jetzt bei dieser powerbank könnte ich sogar noch eine zweite anhängen ich habe noch eine zweite zu hause aber eine reicht ja das war es eigentlich schon gewesen ich wollte es euch nur schnell einmal zeigen weil ich finde wirklich diese lampe für den preis klar die powerbank kostet auch aber es gibt auch ziemlich billigere aber sie ist wirklich top braucht nicht viel platz man ist flexibel was will man noch mehr okay das wäre es eigentlich schon gewesen ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe vielleicht rente unter anderem findet doch gute idee kann ich auch gut gebrauchen dann wisst ihr ja wahrscheinlich wo sie gibt und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag tschüss